Was ist da oben? Was ist da oben? Was ist da oben? Ja, irgendwas gebaut von mir. Oh Gott! Oh shit, nein, den haben wir mit. Oh shit, nein, den haben wir mit. Oh, das ist da. Das ist da. Dahinter. Oh, das ist da. Aber, ähm ... Aber, ähm, ficken. Oh fuck. Oh fuck. Aber, ähm, ficken. Oh fuck. Aber, ähm ... Die scheiß Lampen. Überall, ähm, shit is going down. Oh Gott. jetzt ist doch ab ab dem Weg Euro Prozent wir müssen wir nehmen uns das ganze Jahr und das auch von uns zu sagen das ist auch das ist richtig aber es wird Eure das war das Wort keine Ahnung das war ein Komplett durchgehauen Schaumengang hoch wie ob du es ist ich glaube da hätte man was sehen so jetzt vielleicht wer geht so Da müssen wir da rein, was ist denn? Boah, da ist viel Blut. Da mit Latiane, was ist da los? Irgendwas ist da geschliffen worden. Das Vieh ist nimmer da. Oder was das war? Oh fuck, da ist sehr komisch das Vieh. Was hat er wieder angestellt? Er hat, glaube ich, ganz grausame Sachen gemacht. Er hat, glaube ich, Leute entführt und umbaut ziemliche Maschinen. Irgendein Shit, was denn da dahinter schauen? Ich hasse, dass man da jetzt die ganze Zeit irgendwelche Leute hört oder sowas. Das heißt, dass die anderen Räume sind, die leider auch schon geflogen, oder? Das heißt, dass wir auch eine von denen waren, oder? Dass wir auch, ja stimmt. Eingesperrt waren. Irgendwann haben wir uns ausgelassen. Stimmt. Erzähl auch gut. Oh, old Sally, I the dolls cottage are. Oh, she come a snuffling by night round your door. With a pretty apron right down to the hoof. And her ringlets are fair and her eyes china blue. Like a half buried hand in the wintery snow. Oh, like a hand in the wintery snow. And she'll beg you for apples. Through the window ajar. Ajar? Ajar! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Genau. A face will be hidden, but her eyes shine a flame. And though you be tempted her bosom so fair. Bosom. Bosom. She'll snatch you and catch you and eat out your heart. Oh, she'll catch you and eat out your heart. Oh. So look to your manners come the eve of the year. Yes, Sally comes calling for apples, my dear. And know that some doors never should open wide. Take heed of your father and keep safe inside. Disobedient children make Sally her pissed pies over. And warm Sally's beastly inside. Boah, it is gruselig. Ajar! 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 So will man von chinesisch wieder auf Englischem stil. Ajar! 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 Ah ja. Aha, ja, das hat euch gehabt, da war noch was. Ähm, da haben wir ihn noch nicht. Hä? Was war das? Boah, fucking Uhr! Holy shit! Das muss echt nicht sein. Ich dachte, dass da wer sich versteckt, quasi, im Kopf abgeduckt oder was. Das muss echt nicht sein, du sagst das. Das muss auch nicht sein. Herz auf! Da muss so einiges nicht sein. Ja, gut, dass die Scheiß-Tier zugemacht hast, du sagst. Du sagst. Du Dreck-Sau. Oh Gott. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, das Büro hat es auch gekauft. Musik ist anders. Warum ist da Blut? So viel Blut. Da hört es auch. Oh! Oh shit. Oh, ist rausgegangen, oder? Ja. Ja, dann gehen wir nach. Ah! Warum hast du denn da gerade gelandet? Oh shit. Oh shit. Oh shit. dir sind leider oder was los. Gust of the coffee shop Lukas, es ist es... Keine Ahnung muss das dort floriert Jo diss, ich bitte er hat Wow shit. ich schaue mir da durch und was da loben ist das war das und der andere gegen Krähen oder was ich habe keine Ahnung wo es das gerade war das ist jetzt ein Tor zu jetzt müssen wir müssen das ganze Haus das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite mit der Blutspiele weiter ich habe jetzt auf die Bank das ist auch viel cool mit oben die Fliehen Gratulation Maxi ja leck mich voll sauer das war nicht Teil der Aufmerksamkeit der ganze Sound ist weg ja auch das ist das was zu machen wir werden uns wieder ich werde es ehrlich gesagt durch den großen Raum gehen oder nicht ich weiß es nicht naja der glaube ich geht eh gerade hinter Schiff zum rennen oder? da geht es wieder raus shit stimmt oh man das stimmt oh man das stimmt Schiff zum rennen oh man das stimmt weg mich am Arsch oh man das stimmt ich glaube wir müssen in den Mittlern dann raus weil da ist jetzt das Tor offen da war nämlich Feuerzahl wo ist das Tor offen? da 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 links dann wo die Couch ist wo du gesagt hast da kann man raus schauen warum ruckelt das denn da so? ja keine Ahnung und so viel gegen eine Lohnung muss gegen eine Lohnung muss gegen eine Lohnung muss da jetzt geht es durch oh fuck oh god ja da ist jetzt offen da für so eine andere Tour mhm ah da kommen wir jetzt da rein das war vorher noch nicht ja ja ok ah vielleicht haben wir mit den Radl einen Aufmerksamkeit I will cry all the way home ja I will have none I will have none I will have none at all irgendwie so die Stimmen auch besser waren wie vor Amnesia da war es teilweise so ein äh um Ritter Schweder in englischem Dialekt mit mir aber Daniel habe ich schon cool gefunden ich glaube das ist sogar der selbe Sprecher aber der schon ein bisschen besser gesprochen ist einfach oh mein Gott ok du musst dort hinten auch so eine Maschine ah eine Maschine ok jetzt sind wir da weitergekommen sehr gut müssen wir nicht mehr durchs Haus ja das ist ein bisschen der Vorteil ja andererseits machst du die Tür zu? nein nicht? nein du hast gekommen von hinten einfach oh shit ich würde die Tür nicht zumachen ich würde die Tür zumachen ok dann machen wir zu ja ich glaube ich muss nicht so ein Renner nein ich glaube nicht das war zu gut die Tür geht noch innen ich glaube das ist das ein ziemlich spannungsbogen aufgebaut das Spiel das Spiel aha ok wir fangen jetzt aber wenn wir durchgehen nein es war auch viel billig da drüben ist die Flutspur gewesen ja jetzt sind wir da naja gehen wir doch da ah jetzt sind wir da jetzt sind wir da genau jetzt sind wir da da ist offen da waren wir oh wieso oh shit na das sind die gleichen Blutspuren oder? ja ja na warum ist jetzt offen? da waren vorher keine doch doch da waren auch wenn du da nochmal zurück gehst dann siehst du wieder im Hammer ach dann ist das da ja genau das ist das das ist wieder die Tür wo ich gesagt habe die muss doch aufgehen und die geht jetzt auf einmal auf aber nur weil wir gesehen haben dass das Schwein weg ist das war anscheinend der Trigger ja genau weg mich hey da sind wir auch schon gewesen passt da waren wir da waren wir sehr gut das heißt da sind wir hergekommen wir sind da mitten quasi gehen gar nicht anders ja toll dass wir die hauptsache wir machen da zu und überall anders ist offen es kommen es kommen es kommen es ist weg ja es wissen wir dass es da entlang geht kommen boom fucking kinder freaks in the heart here fuck a curious discovery metal heavy metal metal ticking as it cools and contracts this must be the strange machine my new friend told me of if my children discover this place it is entirely conceivable it is straight downwards delight in their discovery very well it seems my route is predestined the descent begins maria it's a nice riesigen Blutspur, aber vielleicht ist sie verletzt. Weißt du was? Und vor allem die Kinderbüter sich auch, wenn sie nicht schön einschreibt, ja die sind schon mal unten. Aha, oh Gott. Oh Gott. Oh shit, das geht es dir ausziehen, nein bitte nicht. Oh Gott. Nein, what the fuck, warum? Wo ist denn das? Das ist dieser Wagen oder was? Mhm. Boah, da ist das behindert. Komm, da ist eine. Ja. Geh fuck. Oh shit. Was ist denn okay? Boah. Was war so? Oh Gott. Und die waren leid weg oder? Oder? Nein. Affe! Oh Gott. Shit. Es gefällt mir wirklich gut bis jetzt. Ich muss sagen, es gefällt mir echt gut. Es ist echt gut. Super, ich bin auch echt froh. Es ist echt endlich wieder mal eine Fortsetzung zu einem echt geilen Spielprinzip. Mhm. Und scheiß auf Öl. Die Lampen bringt dir eh nix. Ja stimmt eh, es ist einfach nur letztlich. Es ist einfach nur auf nahe, gell? Ja. Ja. Und das hier raus ist halt halt auch geil. Ja, auf einem irgendwie kommst du dann doch vor. Okay, bin ich tatsächlich in der echten Welt? Oh shit. Oh shit. Ja, da musst du mal weg. Da musst du mal weg. Du mal da die Bremsen betätigen. Ja, hab ich auch schon. Da geht nix. Hey, geht's so aus in die Freiheit? Ja. Ja. Dann lass dich mal aus. Ich sag dir drüber steigen. Ich schau dir aber jetzt schon aus wie so eine Fabriksbeleuchtung, gell? Stimmt. Es kann sein, dass das alles sehr anwesend ist, das voll riesengroß ist. Wahrscheinlich. Aber er hat ja auch Probleme mit der Bank gehabt und so ein Scheiß. Also dass ihm die gesagt haben, ja, sonst Geld ist aus oder was und sie holen sich das Haus. Ja, willst du es eigentlich jetzt? Ja, müssen ja wieder so ein Schweinemasken. Fuck you. Oh Gott. Oh Gott. Komm und sie, Papa. We found an egg. A stone egg. Das ist ein Starei. Starei. Was sie so immer hast. Immer rauf. Nein, jetzt geht's am Lesier los. Ja. Echt viel da mit dem Sound da. Oh shit. What the fuck? Oh Gott, hey, die Musik macht mich fertig. Dieser Starei. Es ist ein Traumanal. Oh Gott, ja. Oh shit! Oh Gott. Against the rising water, send the tramp catcher, kosh the old man, sink him in a barrel of gin. He is all mixed and the bones turn to jam. We raise a glass kindly to him. Oh my god. Wie war's jetzt? Oh my god. Muss ich wieder weiter sagen? Ja. So tu wieder weiter. Ja, jetzt wo's gruselig wird. Ja wo ist das? Jetzt wo's gruselig wird, du spinnst. Oh, jetzt ist das finster. Jupp, da oben sind wir gekommen. Ich seh' überhaupt nichts. Äh, wow. Achso, ich mein' du gehst weiter runter. Nein, es zähl. Es zähl? Ja, es zähl. Nein, ich seh' nur noch runter, und so ist gut. Ja, so passt schon. Du siehst ja wieder gar nichts. Was? Wie viel besser als vorher. Du bist ja ... Zähl. Du siehst ja wieder die rotzen. Rotzen. 3. Juni 2018 Wir hatten Angst vor Dreck Und Wie macht die dreckige Menschheit nicht? Damals, wo er die Tempel war, in den Dschungeln, war es so frei von menschlichem Dreck, dass er das auch machen will. Aber er ist krank, er ist ruiniert. Aber er will sich Maschinen bauen, die diese Plage von uns und uns alle heilen. Ein neues Jahrhundert. Diese Fasseln. War was das noch in dem scheiß Keller unten? Ja, ja, ja. Das war so schlimm. Wenn diese scheiß Fasseln jetzt da sind, ich weiß, dass da jetzt was Schlimmes passieren wird. Scheiß herpland, oder? Ja, herpland. Also zurück, es gibt kein zurück. Also, passt das eh nicht am Kabel? Äh, nein. Ja. Weil das ist auf meinem Fuß. Ich bin in meine Hosen gefahren. Danke. Ich weiß nicht. Das ist schon ein bisschen schwer. Also, verlangt sich rennt das nicht, ja? Ja, da kommt bestimmt ein Update oder was. Nein, ich glaube, das ist aber eigentlich ein Aufnehmer, gell? Ach so, stimmt, klar. Come on, Slowcoach. It's this way. Äh, Schreiner. Trapped. Was is it a trick? That voice on the phone, who seems so close to my own, who seems to know me so well. Does it leave me for a nefarious purpose of his own secret devising? But do I have a choice? No. Genau. Genau das, was ich gesagt habe. Er fragt sich, ob er dem Vertrauen kann, oder ob er quasi nur dem zuliebe, also, dass das nur dem zugute kommt, dass wir das so wegkennen. Aber er hat eine andere Wahl. Even though these motifs are unknown to me, I must find my voice. Okay, das sind zwar Burschen. I will follow the machinery down to the very core of the earth, if it will lead me to Edwin and Enoch. Enoch. Edwin and Enoch. Also, quasi, er muss eh da runter, auch wenn er dem anderen Typen nicht... Der muss seine Söhne hat. Was ist cool. Oh, fine. Ah, das hört er vor. Ah, so wie ein Roboter schaut das aus. Was ist das? Okay. Okay. Mandos sind wir, oder? Hm. So ein Träger. Ich werde dir helfen, wo ich kann. Aber du musst ruhig sein, mein kleiner Freund. Kann es sein, dass das voraufgenommene Dinge sind von uns selbst? Weil er sagt, das kommt einem so bekannt vor und die klingt so ähnlich wie er selbst. Dass das wieder so Puzzleteile sind. Genau. Quasi, dass das, das Telefon, uns dahin führt, damit wir verstehen, was da passiert ist. Shit. Dass man vielleicht dann wieder quasi in Verstand, er ist jetzt quasi wieder reinen Verstandes. Er findet das als grauenhaft, was da passiert wahrscheinlich. Aber damals, wo er da mittendrin war, hat er das alles gemacht, diese grausachen Sachen. Stimmt. Kann sein. Kann sein. Also das ist schon wieder meine Theorie jetzt. Die andere Theorie ist wieder, dass wir im Jenseit sind. Das ist immer der Typ von GameTube, der sagt immer, glaubt ihr, dass das alles nicht wahr ist und dass wir eigentlich im Jenseit sind. Das ist auch nicht so. Ja. Was ist das? Extrawift oder was? Super. Oh. Harte Extrawift. Kann man das in 2 einsetzen oder was dann vielleicht? Vielleicht braucht man das noch. Ich kann es nicht umsonst da. Ich kann es nicht Miet nehmen. Ja, aber durch die Tür. Ja, aber wir schauen was da jetzt los ist. Oh Gott.